Ich habe gehört, da laufen mehrere Hunde frei rum und die haben die Nachbarn eingeschüchtert, okay und jetzt gehen wir mal schauen nach den Rechten. Boah, die sind echt am arbeiten, da ist der Vögele, piep piep piep, schau mal, ob die mich alle auffressen wollen, gar nicht auffressen wollen, aber vielleicht wollen die mich auffressen. Okay, da ist zu, ein Auto, das ist aber nett, das war nicht offen, das war nicht offen. Ich will jetzt den Hund auffressen. Oh, da ist er, mein Freund, geht wohl, der Hosein, der Hosein, der Hosein, der Hosein, weißt du nicht? Oh, das ist gewaschen. Witteok! Witteok! Witteok? Okay, also ich gehe dann weiter gehen, da war ja wieder, mach's gut, mein Freund. Druck neu. Du kannst gar nicht laufen, du armer Hund, vergib mir das. Geben, dass du sie's sei? Das ist auch gefährlich. Da ist auch sie so grade. Das ist es zumindest Seconde? Das ist es dir schon? Eszähl gerade 아파, irgendwo ist sie, Vielen Dank.